Am 16.09. um genau 15 Uhr war es soweit, das Half & Home Update für Wellheim ist erschienen und was sich seitdem geändert hat, erzähle ich euch jetzt. Bei der Nahrung hat sich einiges getan, die Werte der Lebensmittel wurden überarbeitet und außerdem werden die Lebensmittel jetzt mit einer roten, weißen oder gelben Gabel gekennzeichnet. Die rote Gabel gibt hierbei einen Hinweis, dass es sich um ein Lebensmittel handelt, welches viel Leben gibt, die gelbe Gabel, ein Lebensmittel mit viel Ausdauer und bei der weißen Gabel gibt es von beiden genug. Die gegessenen Lebensmittel wurden jetzt auch mit einem Timer versehen, so dass man immer genau sieht, wie lange diese sich im Magen noch halten. Es sind über 12 neue Lebensmittel dazugekommen, wie zum Beispiel die Hackfleischsoße, Zwiebelsuppe, Eiscreme und vieles mehr. Fleisch wird außerdem jetzt auch unterteilt in Wildschmeinfleisch, Hirschfleisch und neu dazugekommen Wolfsfleisch. Falls ihr das falsche Lebensmittel gegessen habt oder ihr schneller wieder erneuern wollt, um höhere Perks, Leben, Ausdauer usw. zu erhalten, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit Bug-Parries zu essen. Damit muss euer Charakter kotzen und ihr könnt direkt neue Lebensmittel nachschieben. Auch beim Bauen hat sich einiges geändert. So hat zum Beispiel die Kochstation neue Erweiterungen wie das Gewürzregal, den Schlachttisch, Töpfe und Pfannen bekommen. Neue Dekorationsgegenstände wie zum Beispiel ein Münzstapel oder eine Schatzkiste könnt ihr ab jetzt auch bauen. Außerdem dazugekommen ist ein neues Material namens Darkwood, welches zum Beispiel für Dächer und Luken verwendet wird. Wie und wo ihr das finden könnt, erzähle ich euch später. Es gibt jede Menge neue Gegenstände wie zum Beispiel Edelholzstoß, Kernholzstoß, Kohlenhaufen, eiserne Kochstationen, verschiedene Holzwände, Holzklappe, Rundholzbalken in Schräg, Käfigwände und Böden, Holzbank oder Bankholz, Steindrohnen, Eisenfackel im Blau, neue Banner, Kristallwand und ein Kartografietisch. Kommen wir nun zum überarbeiteten Kampfsystem. Ab jetzt bestimmen eure Lebenspunkte, wie viel Schaden ihr blocken könnt. Also wollt ihr viel blocken, braucht ihr viel Lebenspunkte. Hinzugekommen ist außerdem noch die Anzeige mit dem Schild. Diese füllt sich, wenn ihr Gegner pariert. Sollte die Anzeige voll sein, fangt ihr selber an zu taumeln und seid somit leichte Beute für eure Gegner. Die Zweihand-Axt wurde verbessert, somit soll sie jetzt schneller, stärker und vor allem auch mehr Gegner auf einmal treffen können. Die Turmschilde erhalten einen größeren Knockback, also könnt ihr eure Gegner besser damit auf Abstand halten. Der Bogen verbraucht weniger Ausdauer beim Spannen, braucht dafür aber deutlich länger, was wiederum bedeutet, dass ihr weniger Pfeile in der gleichen Zeit schießen könnt als vorher. Auch in den Ebenen hat sich einiges getan. Dort könnt ihr jetzt Teergruben finden, welche ihr mit einer Spitzhacke zum Auslaufen bringen könnt, um am Boden die festen Teerklumpen zu sammeln. Sobald ihr die Teerklumpen gefunden habt, schaltet ihr Darkwood frei, woraus ihr Dächer und Luken bauen könnt. Es gibt außerdem einen neuen Gegner namens Grove. Dieser sieht ein bisschen so aus, als wenn ein Schleimling in eine Teergrube gefallen ist. Er ist sehr aggressiv gegenüber allen Gegnern, das heißt ihr könnt ihn auch in ein Goblin-Nest locken, um dieses zu beseitigen. Und außerdem ist er sehr anfällig gegen Feuer. Ab jetzt gibt es Reittiere. Wuhu, einer meiner Lieblingsänderungen im Update. Ihr könnt einen Sattel bauen, diesen auf einen Lock schnallen, um schneller von A nach B zu kommen. Hinzugekommen ist ein Metzgermesser, mit welchem ihr eure gezähmten Tiere erledigen könnt, was ab jetzt nicht mehr möglich ist mit normalen Waffen. Der Ausdauerbalken hat eine Werteanzeige bekommen, es gibt neue Waffen wie die Kristallkampfachs und das Silbermesser und das Knochenturmschild und Eisenfaustschild ist ebenfalls neu. Zu guter Letzt soll es auch noch neue Angriffswellen geben. Wie die aussehen und welche Gegner kann ich leider noch nicht sagen, da ich noch keine abbekommen habe und auch noch nicht viel dazu zu finden ist. Damit sind wir auch schon durch mit den Neuerungen. Ich muss sagen, das Update hat es wirklich in sich. Es sind eine ganze Menge und vor allem auch coole Sachen dazugekommen, die gerade auch Spieler, die schon durch sind mit dem Spiel, wieder dazu animieren, entweder neu anzufangen oder weiter zu spielen. Die beste Neuerung meiner Meinung nach sind die Reittiere. Diese haben mir in Wellheim noch gefehlt und jetzt haben wir sie endlich. Schreibt mir doch gern mal in die Kommentare, was für euch die beste Neuerung war und was für Neuerungen ihr euch vielleicht in der Zukunft noch wünschen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.